Mehr von der Elysium Swiss AG sind auf Lazarinicom zugegangen, um unseren Markenauftritt zu gestalten. Fabio Lazarinic hat hier mit seinem Team sehr gut umgesetzt. Sie haben uns ein Logo gestaltet, aus dem Logo heraus das Briefpapier und die Visitenkarte. Und was dann noch ein sehr anspruchsvolles Projekt war, ist unsere Homepage, wo Fabio die ganzen Bilder gestaltet hat, die ganzen Grafiken, Logos usw. integriert hat, im Zusammenhang mit uns und seinem Team dann hier umgesetzt hat, in eine wunderschöne Homepage. Wir würden jederzeit wieder mit Fabio zusammenarbeiten, er hat das sensationell gemacht. Er hat genau das umgesetzt, was wir wollten, also einen edlen, einen professionellen Auftritt in Marken umzuwarten. Bis zum nächsten Mal.